Herzlichen Glückwunsch, liebes Lentos! Ich besuche dich, seit es sich gibt, mit großer Begeisterung. Denn in deinen großzügigen Ausstellungsräumen sieht man die herrlichsten Präsentationen und ich danke Stella Rohlik dafür, dass sie uns so gute internationale Künstler bringt, wie zum Beispiel jetzt in Eliason oder Hellenwein, Kokoschka. Mein Mann hat einen Fördererwein gegründet und die Mitglieder haben sich mit so großzügigen Stiftungen eingestellt, dass die Sammlung sich sehr bereichert hat und die Sammlung wurde sehr geprägt. Liebe Stella, ich wünsche dir und deinem Team noch viele interessante, aufregende Jahre in diesem außergewöhnlichen Haus.